Der Außer-Elite-Skin in Rainbow Six Siege wurde veröffentlicht und damit Hallihallo Hallöle. Ist schon ein paar Tage her, ich hatte leider keine Zeit, euch das früher, sag ich mal, kundzutun oder mitzuteilen oder wie auch immer, wenn man das nennen möchte. Deswegen mache ich das jetzt hier. Vorab auch noch eine Sache, der Skin wurde mir im Rahmen des Ubisoft Creators Programm zur Verfügung gestellt. In diesem Sinne, danke Ubisoft dafür. Ansonsten bestehen keine weiteren Verpflichtungen. Ich werde jetzt auch andere Sachen nicht eingehen. Hier geht es jetzt nur um den Skin, das auch noch mal vorab. Falls ihr den schon gesehen habt, das Video, könnt ihr gerne mal reinschreiben, was ihr davon haltet, eure Meinungen, eure Gedanken dazu kundtun. Weil ich habe schon ein bisschen mitbekommen, da gehen so die Meinungen arg auseinander. Ansonsten würde ich jetzt einfach mal sagen, rein ins Video. Das war der OSA Elite Skin. So, Fingerchen ab auf die Tastatur. Schreibt mal rein, was ihr jetzt davon hältet, was eure Gedanken dazu sind. Wenn es geht, bitte sachlich bleiben. Meine Meinung dazu ist, mir gefällt er. Klar gibt es deutlich bessere. Mir gefällt aber der Style ehrlich, weil ich persönlich der Meinung bin, er passt zu OSA. Ihr seid gefühlt jetzt diejenigen, die dagegen argumentieren können, beziehungsweise vielleicht mir ein Stück weit die Augen öffnen können, weiß warum es nicht so sein sollte. Vielleicht aber auch nicht, denn das werden wir ja vielleicht sehen. In diesem Sinne, seid gespannt.